Yo Leute, wir spielen heute mal wieder etwas Battlefield 1 live. Wir spielen heute mal Domination, habe ich mir überlegt. Und wir nehmen hier die Shotgun. Da habe ich mal Bock drauf. Ich habe bisher kaum Shotgun gespielt und auch sehr, sehr wenig Domination. Von daher, das jetzt mal in so einem Live-Kommentary kann ganz cool werden. Ich muss sagen, ich bin hier gerade dem Mesh nachgejoint. Ich bin auch gerade bei ihm im Squad, wie man sieht. Und dann gucken wir mal, was der Mesh hier so macht. Der ist schon ein bisschen länger auf dem Server, glaube ich. Ich bin halt, wie gesagt, gerade erst draufgekommen. Und im Moment weiß ich gar nicht, wohin ich gehen soll, denn wir haben alle Objectives. Das ist eigentlich nicht das, was ich erwartet habe. Erstmal rein hier. Zack. Weg ist er. So, wie ist denn der Server gefüllt? Geht eigentlich. Also mal zu A hin. Und bei Shotgun bin ich jetzt echt mal gespannt. Die ist teilweise echt stark in Battlefield 1. Ich kann das aber noch nicht ganz so richtig beurteilen, wie sich die genau spielt. Dafür habe ich es einfach bisher zu wenig gespielt. Besonders halt mit der Shotgun zu wenig gespielt. Aber sowas natürlich, wenn ihr komplett direkt vor die Flinte läuft, ist das natürlich ein Easy Kill. Das ist ja, das denke ich mal ganz klar. Okay. A haben wir. Dann geht es also wieder zurück zur B. Ja, so muss das natürlich auch laufen. Hin und her, hin und her, hin und her. Anders macht Domination ja auch gar keinen Spaß. So, die müssen jetzt eigentlich auch wieder mir entgegenkommen, denn die haben bestimmt Bock auf A. Da ist er ja schon. Zack. Da haben wir auch... War da ein zweiter? Ne, da aber. Ja, da chargt er an mir vorbei, ne? Das ist echt ganz lustig. Wenn die halt nicht treffen beim Chargen, dann laufen die halt so lange weiter, bis entweder der Countdown da abgelaufen ist oder bis sie gegen eine Wand laufen. Ah, da hat er mich. Aber okay. Da ist ein Medic in der Nähe, aber ich glaube, der kommt nicht. Der hat keinen Bock auf mich. Und die Charge-Szene, die war eigentlich eben echt ganz witzig. So, müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir wieder in das Haus hier rein. Da sind auf jeden Fall ein paar Nates. Und warum können wir die Flagge nicht einnehmen? Ah, ich bin nicht im Cap-Radius. Ah, das ist jetzt doof, wenn ich dadurch sterbe. Aber nee, alles gut. Hier ist auch keine. So, wir haben schon wieder alle Dinger. Also, der Mesh, der macht hier anscheinend ordentlich Tempo. Ja, 5-3 steht da auch. Äh, mit dem Mesh spiele ich anscheinend gerne zusammen. Wenn der... Oh, ich dachte gerade, das war ein Gegner. Oh, jetzt verlieren wir A. Also, ab mal ab zu A. Müssen wir mal gucken, ob das... Ob das was gibt hier. Und ehrlich gesagt, mir fehlen gerade so ein bisschen die Gegner. Es sind irgendwie nicht genug. Ah, da konnte ich nicht... Da konnte ich nicht schießen, weil ich gerade am Nachladen war. Ärgerlich. Ey, hier geht's ja gar nicht ab, irgendwie bei A und B. Deshalb gehen wir jetzt mal zu C, würde ich sagen. C, äh, könnte das Ganze vielleicht ein bisschen... Bisschen erfrischen. Da rechts ist auf jeden Fall schon mal einer. Genau, da... Ist da noch einer? Nee. Aber wir wollen ja zu C gehen. Oh, 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 oh. Vielleicht wollen wir doch nicht zu C gehen. Nee, wir wollen doch nicht zu C gehen. Schade, da bin ich ein bisschen falsch gelaufen. Aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, von wo ich beschossen wurde. Äh, das ist manchmal auch schwer zu erkennen. Denn die Hitmarker sind halt noch verbuggt in dem Spiel. Da machst du manchmal gar nichts. Und auf die Distanz möchte ich eigentlich auch nicht mit der Shotgun spielen. Äh, das macht absolut keinen Sinn. Da ist hinten einer. Aber der ist natürlich viel zu weit weg für mich. Geh mal hier rüber. Danke. Der hat mich zum Glück nicht gerafft. So, da ist der Mashed. Mashed. Haben wir ihn gerettet? Oder den Kegel geklaut. Das ist Auslegungssache. Mashed! Mashed! Oh. Das hat... Mann! Sag doch was! Wodurch du gestorben bist. Wahrscheinlich ist er durch das genau gleiche gestorben, oder? Ah! Diese Tripmines. Ich sehe die immer nie. Richtig gefährlich. Und die Runde ist gleich schon vorbei. Wo bin ich denn da nachgejoint? Das ist ja total unausgeglichen, diese Runde. Aber hey, ich denke mal, für so ein Live-Commentary kann man auch mal was Kurzes hochladen. Waren natürlich jetzt auch nicht so viele Kids mit drin, aber ist ja auch ganz logisch, wenn die Runde nur vier Minuten geht, oder wie lange das jetzt war. 9 zu 3 ist, denke ich mal, ganz okay für diese kurze Mini-Runde. Äh, ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. War jetzt ein bisschen überraschend kurz, aber hey. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut bei Mesh vorbei, dem ich gerade nachgejoint bin. Und mein Name ist MiaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!